Am 15. Oktober 2017 ist es soweit. Österreich wählt! Das heißt für uns jetzt, Anfang September, Wahlkampf. ORF und Puls4 haben bereits ihren Beitrag geleistet, mit den Sommergesprächen. Wie jedes Mal zur Wahl laden die TV-Sender die Parteispitzen ein zum Interview. Und wie jedes Mal ist da eigentlich sehr wenig dabei für Menschen mit Behinderungen. Und das, obwohl gut 20% der österreichischen Bevölkerung von Behinderungen in irgendeiner Art und Weise betroffen ist. Und es werden ja auch immer mehr Menschen älter, und die werden dann im Laufe der Zeit auch ganz zufrieden sein, wenn Österreich barrierefrei ist. Darum würde es schon Sinn machen, auch darüber zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, wenn die das nicht machen, mache ich das. Und so kommt es zu Nabachers Sommergespräch. Ich habe die Behindertensprecher der einzelnen Parteien angeschrieben und eingeladen. Zugesagt haben, Frau Ulrike Königsberger Ludwig von der SPÖ, mit ihr werde ich am 19.09. gegen 10.10.15 Uhr das Gespräch führen. Am selten Tag, am 19.09. werde ich mit Frau Helene Jammer von den Grünen das Sommergespräch führen. Und am 22. September gegen 13.13.15 Uhr, werde ich mit Norbert Hofer von der FPÖ das Sommergespräch führen. Wo werdet ihr das sehen können? Ganz einfach, auf Nabacher, meiner Facebook-Seite. Dort wird ein Livestream erscheinen, für jedes Interview. Anschließend wird das Video auch auf YouTube, MabacherTV zu sehen sein. Jetzt liegt es aber an euch. Ihr müsst mir bitte in die Kommentare, egal hier auf Facebook oder auf YouTube, oder schreibt mir über Twitter, schickt mir eure Fragen, die ihr an die Politiker habt. Schickt mir Fragen zum Thema Behindertenpolitik allgemein, schickt mir Fragen zu den Parteien, oder zu den Personen. Ich habe mir gedacht, ich werde 5 Fragen, die ich jeder Partei stelle. Also jeden Kandidaten, die gleichen 5 Fragen. Und dann noch 4 Fragen, die ja unterschiedlich sein können, die sich auf die Partei beziehen, oder die Person selbst. Wenn ihr also wissen wollt, lieber XY, was werden Sie tun, um... Dann schreibt mir das in die Kommentare. Oder wenn ihr wissen wollt, was wird Ihre Partei in Sachen Pflegegeld machen. Schreibt diese Fragen unten in die Kommentare. Und als 10. Frage habe ich mir gedacht, irgendeine Frage, die vielleicht gar nichts mit Politik zu tun hat, irgendwie, um bei der Antwort ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wer die Person ist. Das kann was Lustiges sein, kann was Banales sein. Wenn ihr dazu auch Ideen habt, bitte einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich werde die Fragen bis 10. September, kommenden Sonntag sammeln, in eine Liste geben, und euch dann am Montag, den 11. nochmal zur Abstimmung geben. Damit wir dann eine Reihung bekommen, und so auf die 10 Fragen kommen. Die Reihung findet dann am 13. September am Mittwochstadt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie ich es anders machen kann, auch bitte gerne. Ansonsten teilt dieses Video, damit so viele Menschen wie möglich die Chance haben, ihre Frage zu stellen, und schaltet ein am Livestream dann. Das war's soweit, danke fürs Zuschauen, und bis bald. Bis bald. Bis bald.